Na Leute, der Kaffee ist organisiert, Spritzschutz ist ausgelegt hier in meiner Stube, es kann weiter gehen, wir warten weiter durch den Nebel, Schlüssel nochmal organisiert, so und jetzt bin ich gespannt, weil, hey, man muss ja sagen, wir sind, ähm, recht ruhig jetzt davongekommen, die letzte Zeit, dann ist es ja meistens so, dass so ein Spiel irgendwann wieder möchte, dass man, ein bisschen gefordert wird, nennen wir es mal so, dann waren wir vorher auf der anderen Seite, Okay, mal schon so ein bisschen imposant hier, hm? Boah, das hier ist so ein großer Fallout-Affe, dass Menschen so weit wirklich haben, kennt ihr Menschen, die so ein Vieh zu Hause haben? Was ist das? Kann das nicht lesen, was auf dem Flaschenhals steht? Was ist das alles gut? Ich... Ja, es ist nur... Das Ort, das mir einfach die Gefühle ist. Ich weiß nicht warum. Ich bin nicht sicher. Es fühlt sich irgendwie irgendwie. Wie eine schlechte Erinnerung. Es ist wirklich nichts. Also, es sieht sehr cool aus, aber diese heftige Betonmauer außenrum schon wieder so ein bisschen mal knastmäßig. Ah, und wir kommen natürlich so nicht rein. Ist das diese Baldwin-Villa oder wie die hieß? Die war... Ah ja, guck mal. Katsache. So. Sind wir auch genau neben uns in die Apartments denn? So, James. 3 Jahre. Das ist ein langer Zeit. Was erzählst du ihr, wenn du sie findest? Ich liebe sie. Oh, dann. Schau sie. Was soll das sein? Nichts. Wie gesagt, 3 Jahre ist ein langer Zeit. Was popelt sie denn so bei uns rum? Ach, tschuldigung. Ich guck, die alte amerikanische Veranda-Munition. Hast du meine vier Notfallschutz schon rausgelegt, Esmeralda? Ja, Harold. Wie jeden Tag. Na, wirst du halt, ich meine, das ist jetzt so spooky ruhig. Hier ist dich. Da steht schon wieder Barrikade zu sein. Nochmal kurz hier kicken. Ah, auch zu. Nochmal 2, 6, Zement. In die Hose schieben. Können wir später dann eine Basis craften. Ah, guck mal, Shukari besucht das so. Das ist ja noch einfacher. Die können hier Mary schieben. Strange. Das sollte nicht hier sein. Well, es ist. Also, was jetzt? Jetzt, wir... Look for another way. Come on. Michael, wir sind... Ah. James? 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 Ah, nicht meine Keule. Ah, es gibt direkt Ersatz. Was? Habt ihr das gerade gesehen? Stay close. Okay. Jetzt gibt's hier wieder so eine Fluchtsequenz. Ah, ich war's. Ah, ich war's. Ah, ich war's. Ah. 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 Was gibt mit dem neuen Stahlrohr? Ah, ich habe gerade Schüsse versammelt. Mir ist schon interessiert, ob das jetzt mehr Schaden macht. Dein blöder Maul. Das hat immer als Treffer zählt. Oh, der hat dreckiger Kugel. Oh. Oh. Was? Am besten so nah ran wie möglich. Am besten so nah ran. 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 Am besten. Am besten so nah ran. 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 Am besten. 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 Mhm. Okay. Also ich hatte einen Schlüssel dafür. Das ist anscheinend eine Bar. Kann das sein, dass zumindest sie hier ansässige Bar ist und hier Bardame, Tänzerin vielleicht, Clubbesitzerin, irgendwas ist. So wie sie hier durchspaziert ist gerade, völlig selbstverständlich, wie sie die Tür angefasst hat. Du fährst ja so eine räudige Tür nicht so an. Es sei denn, du hast diese Tür ewig lang jeden Morgen gesehen. Also du kennst diese Tür halt, klingt jetzt komisch, aber sonst machst du das ja nicht. Und dann aber auch, wenn du es lange nicht gesehen hast. Stage Door. Und dann hat sie aber raus. Maria? Hallo? Ja, das ist ein Arsch. Rede mit mir. Ah, auf jeden Fall sofort wie ein Nachtclub. Haben wir hier. Ready to kill it. Äh, bereit zu durchstarten. Na, okay. Mit ner zwölf. Mit ner zwölf. Wenn ich hier einfach mit Bauschaum ran gespritzt hier. Ja, zum Glück hier ist vielleicht noch soweit wie ein Nagel unten drin, ne? Viele Mädchen starben hier, wenn wir fertig machen. Und dann wurde es mit Bauschaum nachgerüstet. Na, Lady? Ich rummel mal kurz an ihren Griffen rum. Ah. Oha, Spieleautomaten. Trample. Defenders Horizon. Kann man euch umhauen? Kann man euch umhauen? Ach, ich hab Angst, wenn ich so ein Vieh erschreckt werde. Ach, ich kann nicht an ihren. Okay. Der geht's ja. Das ist nämlich massiv zu halt. Also, das sind keine normalen Vorhänge. Maria? Das ist die Mucke vom Steg, ne? Also, Tänzer, dann. Was? Oh, komm mal, nicht mir diesen Blick. Ich war nur verrückt. Was ist das? Was ist das? Ist das... ... der spezielle Ort, die du kennst? Ah. Keine Ahnung. Wir müssen einfach nach und nach nach vorne. Dann wieder. Jetzt, dass wir hier sind... Wir können nicht bleiben? ... ... ... ... ... Just for a little while. Catch our breath before we head back out there. I don't have time to take a break. Mary could be out there, waiting for me. I know. It's just... This place, this whole thing, it's like a nightmare. I just wanted to get away from it, even for a second. I'm sorry. No, it's fine. Sorry, I didn't mean to... I guess this place is getting to me, too. Am I crazy? You know, for... Thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess. I can think of another. And what's that? Hopeful. Well, that's a nicer way of putting it. Here. What are you doing? Something to take the edge off. You sure? You sure? Fine. Be that way. Here's to... To hope. I'm dying. We should probably get going. Fine. Ready, when you are. Hatte unser James mal ein Problem? Verloren und gefunden. Ach so. Okay, das... Ein E-Ring, oder? Also, einfach nur ein Ring vielleicht? Poponien? Foto? Hm. The fifth river. Special old reserved. 40%. Come. Let's do it. Is that you? Would you like it to be? Nein. Ich hab' ne Antwort. Ich erkenne da ja ne Stoff. Ich würde wahrscheinlich auch bei so'n... Psycho-Test mit Bildern komplett durchfliegen. Lust. Hm. Ach so, hier ist noch ein Zettel. Ach nee, ein Speicherpunkt ist das. Das können wir ja mal machen. Ach so, hier sind wir runter. Okay. Ich hab gedacht, ich find hier noch irgendwas. Ein Zettelchen, oder so. Na gut. Dann lass uns mal. Deswegen bin ich hier. Lass mich durch. Let's go. Alright then. Come on. We could come back later if you want. You know? In case we need a break. Hm. I'm not sure if that's a good idea. Whatever you say. I mean, any port in the storm, right? I guess so. Hm. 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 Oh. 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 Diese Mülltonne. Wie soll ich du auf diese Treppe kommen? Nachbarschaftscafé Lass uns mal einen Orientierungscheck machen Piet's Kegelbahn Mondlichtpark, ob wir den jetzt erreichen können vielleicht Den da am See gibt es auch Was war denn eigentlich Was hatte man uns denn gesagt, wo wir jetzt hinwollen eigentlich Also ich weiß ja, dass man irgendwann doch in einem Krankenhaus landet Das ist ja auch zu sehen Auf der Karte Was denn Entschuldigung, Achtung wird laut Und dann gehen wir mal Clubvorsteher So genau Schau hin, hier müsste das jetzt sein, ne? Da hängt der, der Wern Das ist ja ruhig von dem Abgrund So, ob ihr das auch so hören könnt Schön, schön unheimlich Ah, geil Ah, das ist der andere Ort, den sie meinte Weil es auch noch im Park ist Das ist es? Ein Garten? Da ist ein bisschen mehr zu es, als das Wenn du so Ich glaube, ich bin hier nicht schon Komm schon, sie ist nur auf der Karte Sie? 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 Wo ist sie? Wo ist sie? Straft-Bast-Wohne? Dareten wir 55-end Tier Just посмотрим Am Die transforms Der Das Mit Die Immer hast Dass Border Tick Und Vegas . ...Kompany. And every night, she would stand there, on the shore, holding a lit candle to help him find his way. But this one night, a terrible storm broke out. Caught him out in the open, and it blew out the candle. Even in darkness, the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle to bring her beloved home, to lead him to shore. I'm not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale. But she's become something of a local saint. A patron of undying love. Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. This was a mistake. I shouldn't have come here. Hey. It's okay. There's plenty of other places to look. We can still... Come on. What's this is... ...what the kacke is... ...weil ich das nicht wusste. Ich kann ja jetzt sicherlich nicht zurückgehen. Was ist das? Ein Abfluss? Ne. Das ist ein Vögel. Abflussvögel. Ah, ein Kircheneingang? Ah, steht der da unten. Und ich seh das aber unten links nicht, weil mein Mikro davor rumlümmelt. Ja, ich wär jetzt hier gar nicht reingegangen. Das... Das nervt mich jetzt ein bisschen. Weil da wär ja sicherlich noch was gewesen, was wir uns angucken können. Können ja noch versuchen, nochmal kurz rauszukommen. Aber ich seh da... Ich seh doch nichts. Ja, hab ich mir gedacht. Kacke. Ja, wir müssen hier sowieso ein bisschen Feierabend machen, Leute. Für die Folge. Und ja. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder dabei. Habt einen geruhigen Abend. Ich genieße jetzt noch hier einen kleinen Spaziergang. Und dann sehen wir uns bei Silent Hill 2 wieder. Haut rein. Amen. Amen. Vielen Dank.